Hi, herzlich willkommen. Heute geht's um Hosen. Cut! Um Hosen! Ja, okay. Heute geht's um Hosen. Ihr lernt heute die Spanish-Track. Bis gleich. Okay, wir zeigen euch erstmal, was ihr heute lernen werdet. Wir haben slow, 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 quick, quick, slow. Für uns Herren sieht die Sache wie folgt aus. Wir haben einen Seitwärtsschritt und ziehen jetzt über zwei Stufen den rechten Fuß zum linken Fuß. Also wir haben zwei Schläge. Slow, slow. Machen wir es nochmal. Wir haben eins, zwei, drei. Und diese Aktion versuchen wir jetzt einmal flüssig. Wir haben slow, slow, slow. Und jetzt einen Abschlussschritt. Quick, quick, slow. Den kennen wir ja auch schon aus anderen Schritten. Mit Haltung haben wir slow, slow, slow. Quick, quick, slow. Für die Damen. Die Damen haben einen Ausfallschritt mit dem rechten Fuß und ziehen dann auch über zwei Schläge den linken Fuß zum rechten Fuß. Slow, slow. Wir machen es nochmal. Wir haben eins, zwei, drei. Und auch diese Aktion versuchen wir jetzt einmal flüssig. Dann müsst ihr auch einfach immer mitzählen. Wir haben slow, slow, slow. Und dann auch einen Abschlussschritt. Quick, quick, slow. Nochmal. Slow, slow, slow. Quick, quick, slow. Und jetzt das Ganze nochmal mit Musik. 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 Das war die Spanish Track. Wenn ihr jetzt keine weiteren Schritte mehr verpassen wollt, abonniert doch einfach unseren Kanal. Ich sag schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Marius.